Und herzlich willkommen zu einer neuen Runde und die haben hier bei mir alle die gleichen Skins, ja doch, die haben bei mir alle die gleichen Skins, ja das war eben schon in der Lobby, ich mag Hero Prime, das ist kein Hero Prime Skins, nee das ist so ein brauner Scheiß-Skin, ich weiß nicht, ähm hallo, ja hallo, alle Zuschauer die jetzt noch da sind und nicht weggeschaltet haben, Hallo, hallo, die Let's Place von der, ich würde sagen, es geht nichts, es ist erst, ja, es ist erst, ich will sagen, wir gehen da hinten und dann da zum Wald rein, so hinter uns, ja ist mir eigentlich egal, okay, Minimap ist da eine Insel, und gehen mit dahinter dieser Insel ist ein Piratenschiff, lauten die Map, lol, und ja, ich würde gerne zu den Piratenschiffs gehen, weil ich davor hin wollte, ich gebe es nicht, wenn ich bin da nicht dran, ja nein bist du gar nicht, ich gehe schon mal zu diesem Piratenschiff, ja mach es, ok, und los geht's, ach scheiße ich verfehle hier drum meine Jump'n'Run-Skills sind einfach scheiße. Oh man, wie sich das Jump'n'Run hier irgendwie Ding nicht schafft. Schon, gell. Das ist einfach kacke. Ich hab auch ne Kiste. Ja, die wollte ich nicht treffen. Ich hab Essen und ein Schreinschwert. Ah, verpiss dich. Was denn? Der kämpft? Ja, ich greife jetzt gerade jemand an. Okay, egal. Ich tue die aber andermal so ein bisschen weg. Ja, ich geh hier gerade den Berg hoch. Einfach mal gucken, was oben ist. Oh, eine Kiste. Okay, ich bin da, ich bin da, wo die Kiste war, die Leo sich holen wollte, vorhin. Ja, okay. Ja, ich bin einfach den Berg hochgegangen. Ich hab mir jetzt schon zwei Kisten geholt, aber... Ich hab mich angegraut. Oh, wir müssen alle zu dem Schiff hingehen. Ich geh jetzt nicht zu dem Schiff hin. Da gehen schon vier Leute hin. Ja, dann scheiß drauf. Keine Ahnung. Habt ihr gewusst, dass dem Schiff irgendwie das gute Zeug drauf ist? Ja, aber wenn da so viele Leute sind, dann... Die werden alle sterben. Der Erste wird alles bekommen, die reinhälter nicht sterben. Soll ich hier runterspringen? Wo bist du, Leo? Ich bin hier über die zum Schluss... Paul, warte kurz stehen. Ich hab dich, Paul. Okay, Paul, bleib stehen, bitte. Dann können wir wenigstens... Bist du schon ein Produkt, oder was? Ich... Soll ich hier runterspringen? Haha. Ach so. Ich mein... So, Jungs. Hier, schau mal, Paul. Soll ich da runterspringen? Mal gucken, ob ich überlebe. Warum? Weil es eine Kiste ist. Die wahrscheinlich schon leer ist. Nein, einfach nur so. Ja, mach ich auch. Ja. Sprich auch mal irgendwo runter, wenn man langweilig ist. Macht ihr das nicht? Nö! Doch, doch, natürlich! Warte mal kurz, da sind zwei Spieler. Scheiße. Zwei Player? Fuck, ich habe gerade eben eine Goldrüstung, eine volle Goldrüstung gefunden. Ja, fail würde ich sagen. Fade, fail, fail. Und du bist natürlich so ein herzlichen Spaß und Schnipps davon auch noch. So, ich habe eine Kiste, ja, schon wieder so scheiß bauen. Ganz ehrlich, das ist doch kacke. So. Hallo, es ist ein Knochen, ist doch voll toll. Ja, es ist Knochen. Oben ist die Kiste, Leo. Geh den Berg hoch. Ja, da war ich schon. Da komm ich eben her. Ich bin eben nur hier runter, weil ich den zwei ausweichen wollte. Oben in dem Gebüsch drin, in den Leitern drin ist die Kiste. Ja, da hab ich schon. Wo sind die zwei Player hin? Hier waren die zwei Player. Keine Ahnung. Die sind... Ja, unter dir. Unter? Ah, da. Oh, ich bin tot. Die sind da unten in der Höhle. Das ist ne Höhle mit irgendwie drei Kisten drin. Ja, nice. Alter, meine Fresse. Wo ist die Höhle mit drei Kisten? Scheiße, die kommen her. Nein. Ja, brenn. Natürlich, jeder will die Karten. Ich bin voll Fame, ja. Ich weiß nicht, was der hat. Ich hab das Gefühl, dass ich... Alter, noch ein Player. Ja, weck mich doch. Machen wir jetzt. Machen wir das nicht dazu, dass wir wirklich zusammenbleiben. Ja, komm, 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 komm. Fail, ich bin eben... Alter, da hat mich eben einer von hinten geschlagen. Und plötzlich war ich hinter dem Typen und konnte ihn... Das ist tot. Naja, ich hab ihn zwar ziemlich fertig gemacht. So, ihr seid alle draußen. Scheiße. Wissen alle tot. Ja, super. Sind wir wieder mal gut. Das ist doch verdammte Scheiße. So. Ähm... Fail. Ja. Jopp. Dann, äh... Jopp. Hallo, Leute. Ähm... Servus. Servus. Wir sind wieder nieder-Map und ich bin da am verkackten Platz, der immer so rumbackt. Wo seid ihr denn, meint der Freunde? Äh... Wir stehen links neben dir. Achso, da hinten ist er. Ich stehe hinter der Mauer und er steht... Ich kann sagen... Wer ist denn, siehst du den Arm durch die Wand durch? Ich gehe mal wieder die... Ja, warte, hier... Können wir bei mir die... Ja, hier sind so komische Ranken hier. Da kann man vielleicht hochlaufen. Da, in der Ecke. Ja, das machen wir einfach in die Richtung. Wo? Einfach in diese Ranken, da. In der Ecke hoch. Genau, wir haben uns für diese Map mal vorgenommen, äh... zusammenzubleiben und nicht... Ja, das ist das Sagen, das Sagen immer. Schaffen, das aber nicht. Jetzt komm. Und hoch. Diesmal. Ja, versuchen wir es einfach. Diesmal ist alles anders. Aber... Max geht schon mal ganz woanders hin. Ja, ich gehe einfach mal wieder drüber. Gehen wir mal da vorne zu dem Haus hin. Wo wir immer in der ganzen Welt drin und machen sie bei den Bekänten im Feuer der Haus. Das ist Airfields. Oder so. Alter, scheiße, Player, Player. Bin als erster. Scheiße, verpiss dich, Junge. Okay, irgendwer hat mich schon von hinten gerade mal getötet. Ja, ich versuche ihn gerade fertig zu machen. Alter, ich habe... Was? Nein, ich bin auch tot. Oh mein Gott, ich bin dann alleine und ich bin in diesem Haus drin. Ich habe Angst. Ist das scheiße. Das war mal eine schnelle Folge, würde ich sagen. Ja, das war eine Kack-Folge. Ich lebe auch und ich habe... Ja, dann guck mir die jetzt einfach mal. Ich habe eine Angel. Bin ich zu. Eine Angel, yay, geil. Ich würde sagen, wie wollen wir die Folge mal rauszuschneiden vielleicht. Nö, wir machen jetzt schon noch weiter, glaube ich. Nein. Ja, eben. Ha, wie das aussieht. Warte mal. Hier, angel dir ein Schwein. Mach ich. Geh erst heraus, nimm mich. Du wirst nicht wissen, wie das aussieht, Junge. Komm, ich habe eine Angel, ich habe Style. Ey, der Zog. Ja, geh einfach... Komm, von hier komme ich dann. Nee, ich glaube nicht, das ist immer noch viel zu weit, oder? Ich habe Style, ich kann das. Ja, probier es einfach aus. Okay, Paulus, du hast die beiden Kisten da unten schon, oder die eine Kiste? Welche eine? Die hinten hier, auf der linken Seite. Komm, 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 komm. Alter, Mann, wie scheiße die das aus? Hier runter und nach links. Links, links, links. Ja. Dann zwei Kisten. Hier. Ja, komm, folge uns, Paulus. Folge uns, genau. Ja, klar. Ich habe so M80-Geräte und so kack an, deswegen kann ich so, ich sehe, obwohl ich da sei. Du hast so viele Ideen gespielt. Okay, nach links, nach links, nach links, nach links, nach links, nach links, genau. Junge. Da heißt das, das ist eine Scheibe, ich kann da nicht. Nee, geht zurück. Hier runter. Ach, da hin? Senken. Optifal. Auf dem Dach ist eine Kiste, merke ich auf dem einen Haus, da ist eine Kiste. Ja, ich weiß schon. Aber keine Ahnung, wo man hinkommt. Fall, ich komme auf das Hauptdach. Ja, eben. Dann zwei Kisten. Keine Ahnung. Ich habe immer noch... Da kriegst du sichere Ranken. Ja, wahrscheinlich. Könnt ihr mir mal gucken, ob ihr eine Idee habt, wie ihr da in dieses kleine Gebäude da reinkommt? Ja, aber hier ist ein Gebäude. Warte mal kurz. Geh mal zum Berg hin. Geh mal zum Berg hin. Weiter, weiter, weiter. Links, links, links. Nee, nee, warte mal kurz. Links, ja. So weit wie du kannst. Geh mal ein bisschen runter wieder. Äh, links ist so ein Berg jetzt hin oder was? Ja, nee, nee, hinter dir. Nee, links dahin. Fuck, äh, jetzt bin ich aus Wissen raus, warte. So hoch, darf ich jetzt oder was? Äh, wo bist denn du? Äh, da. So, warte, ich bin wieder da. Ähm, äh, wo bist du denn jetzt? Nee, nee, ist der jetzt direkt unter dir. Ich bin jetzt hier. Er ist direkt unter dir, die Kiste. Ja, von welcher Höhle? Ah, da sind wir da, also ich bin da, ist noch eine Höhle. Ja, ist nur eine Kiste. Nee, komm mal wieder hier runter. Hier, genau. Und jetzt gehe ich nach links. Rechts? Oder links oder auch immer? Links, nee, links, da musst du nicht so tief fallen. Da ist nur zwei. Ah, fail. Egal. Das ist einfach. Nein, 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 nein. Jetzt dreh dich um, dreh dich um, dreh dich um. Genau. Da lang. Gott, der wechselt sich. Ja, äh, jetzt. Da lang? Du geh so, dass der Berg auf deiner rechten Seite ist. Dass der Berg rechts zu ist. Genau, und weiter. Noch einen. Noch einen. Weiter. Jetzt schon nach rechts. Ja, musst du gar nicht, oder? Egal, geh einfach noch weiter. Nach oben. Höhle. Und jetzt, auf deiner rechten Seite oben. Genau. Ja, ich glaube, das... Ja, geht doch. Also eure Beschreibung, weil ich hätte gesagt, geh zurück. Und wenn du das nicht gehört hast. Jetzt sagt mir mal, wie man zu diesem Ding, da zu diesem Wasser aussieht, wie so eine kleine Bergkapelle oder sowas aussieht. Welche Bergkapelle meint ihr denn? Hoch. Wo ist denn die? Doch, das ist da. Hoch. Äh. Doch, jetzt hüpft nach links da drüber. Ich hab keine Ahnung, was ihr meint, gell? Ja, da, weiter hoch. Äh, hinten, nach hinten. Was für eine scheiß Bergkapelle denn? Egal. Da ist eine Kiste irgendwo. Nee, diesmal ist keine... Geh einfach weiter. Ey, Angel, Angel. Okay. Hey, Angel, ist gut. Power, die ist das Glas. Scheide bis scheiße. Ich schreibe da hoch, genau da hoch. Ah, hier kommt's hoch, ja. Mach schön jump'n'run und mach da Prokur und kletter da lang. Wo ist denn dieses scheiß Ding jetzt hier? Wo wollt ihr hin? Alter, hier hinten ist noch eine Kiste auf der gegenüberliegenden Seite. Ja. Und von... Und von da kommen wir auch in diese Bergkapelle rein, Paul. Alter, welche Kapelle? Ich seh hier keine Kapelle. Schillig. Okay. Lego, wenn du jetzt einfach weiter gehst, sozusagen, in Power... Äh, wenn... Dass die Wand von dir links ist... Und da einfach... Äh... Die Steine wollen einfach weitergehen, in den Berg. Und da kommt... Ich hab schon. Und das haben die... Okay, wie weiter? Nur eine, nur eine Kiste, scheiß hin. Okay, kurz. Äh, wie... Komm, ich weiß nicht, ob ich da langkomme. Alter, versuch's... Da kommt man nicht hoch. Doch, doch. Da ist Glas. Glasland. Fuck. Ja, das ist Glasland. Äh... Schaffst du's? Nee, das Stack geht's nicht. Ja, da muss man mal runter. Da muss man irgendwie alles hinkommen. Ich glaub, wie... Ich glaub, ich weiß, dass wir Fehler gemacht haben. Wir sollten das mal versuchen, von der Anleitung... Ich weiß nicht. Ja, das hab ich mir auch schon... Nee, das... Ich hab... Ich seh die grad zum ersten Mal. Jetzt mal... Weg, verfolgen die mich mal zurück. Oh Gott, das ist... Es ist so einfach, wir sind so hohe. Was denn? Obwohl, nee, wie... Ach, doch, es ist so einfach, oder? Was ist das, was das denn da? Ich hab... Ich glaub, ich hab noch was anderes... Ja, ich hab auch sogar so eine Höhle, keine Ahnung, hier sind alle Fackeln drin. Ich glaub. What the hell is this denn? Okay... Wo bist... Ich hab noch einen anderen Geheimnis gefunden. Ja, ich hab auch irgendwas gefunden, hier grad, keine Ahnung, was das ist. Äh... Ja, wir über... Über den gleichen Ort. Keine Ahnung. Ja, Paul, geh jetzt einfach mal weiter, lass dich fallen. Mhm. Lass dich einfach fallen. Und jetzt geh weiter. Nee. Soweit wie du kannst. Und jetzt... Geht nicht. Nee, geht nicht. So, warte, warte, warte. Nee, das bringt nichts, oder? Ich schaff da, komm, Hermann. Ja, aber das... Da oben kommt er noch nicht weiter, oder? Doch, das schaffe ich. Das bringt... Das bringt auch nicht, wenn... Auch wenn es loslacht, da gibt das wie ein... Genau. Eben. Ach so, ja. Ich hab das aber gefunden, Paul. Jetzt ist es geschafft. Geh runter. Geh runter, lass dich fallen. Soll ich es auf die Mühe gegeben, ja? Ja, weiter? Ja, weiter runter. Noch eins. Und jetzt dann in die Berg? Ja, okay. Nee, nee, geh hoch, geh hoch. Und, uh, ja, genau. Weiter, weiter, weiter. Ehm, jetzt weiter. Darauf, einfach weiter den Berg lang. Nein, 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 in andere Richtung. Weiter, gerade aus. Und erst auf der linken Seite so eine Höhle. Kommst er in hinein. Was? Da muss... Alter, Bill Rock, gotta unten, quote. Nice. Nice. Alter. der Leoschein ist ein Bettler das Wettbewerbs voll ja sonst hat wohl das ist eine Frage weil ich hier ist Prozent Paul nur ein ich werde aber auch wenn würde diese Eröffnung drin bleiben ja warte mal hier weil ich hab das Gefühl dass hier gerade kaum um die zu holen dann eben nicht egal und die kommen nicht so schnell hin wo es bei uns in der Höhle mit der Liga das ist ja nicht so ein Scheiß Jump'n'Run Skill Scheiß und 1 euch kann ich hab's geschafft ja mal gucken ne du hast noch nicht ganz geschafft wo sie noch 30 Sekunden wo sie, das ist wo von wo es muss von dir sie ist genau über dir so zu sagen Alter, wie kommen wir da hin? okay äh, Eier gehen wir einfach da weiter links und schieb irgendwann also wo oh mein Gott, die schieb die schieb ich immer da schieb ich immer da drauf ne, die schieb ich nicht auf die Kuh, aber trotzdem egal schießen da Alter, okay, schaffst du nicht mehr das geht in Sex mit ja, ich weiß nicht, das schaffst du nicht mehr der Verwaltung, egal oh, da war's und ich hasse euch ja alle ich will euch nicht na Gott, das ist aber echt etwas gleiche Paul überlebt bis zum Ende Paul überlebt bis zum Ende Alter, man, die ganze Arena schwebt in Luft Alter, ist ja scheiße ich weiß die Frage ist, was machen die jetzt? stimmt, ja, warte mal, ich gucke mal zu die gehören ja sich zusammen also die wollen nicht nicht kann man die schlagen? schade okay, was mit denen ist los hier? nix die selbstwärtsche Arena habe ich so das Gefühl ist auf Level 0 ja so, ähm die haben Frieden geschlossen und wollen sie nicht mehr bekriegen ja klar, bestimmt ich würde sagen das nehmen wir mal als ein Ende ja, auf jeden Fall und sagen, die haben sich alle getötet und sehen uns dann beim nächsten Part oder genau, ich spiele so eine blutige Horror Szene aus irgendeinem Film rein und, äh tun soll's, weil das das Ende gewesen ja, genau auf jeden Fall das war das Ende bis dann bis dann, servus bis dann, servus bis dann, servus bis dann, servus bis dann, servus